Guten Morgen, ich bin Schulleiter Barkin und ich bin euer Schulleiter. Seit vier Generationen bekleidet die Barkin-Dynastie das Amt des Schulleiters und die fünfte Generation sitzt bereits in den Startlöchern. In höchster Konzentration habe ich heute diese Power-Rede für euch vorbereitet, um euch Rindviecher willkommen zu heißen. Allerdings musste ich soeben feststellen, dass mein Auto den Zugang zum Schulgebäude versperrt und ich habe es dort nicht abgestellt. Um den ordnungsgemäßen und zeitlich korrekten Schulbeginn nicht zu gefährden, erlaube ich euch deshalb ausnahmsweise das Schulgebäude durch meinen Wagen zu betreten. Wobei ich darum bitten möchte, im Innenraum besondere Vorsicht walten zu lassen. Ich habe eine empfindliche Lederausstattung. Aber wie auch immer, ich werde jetzt die Türen von meinem Wagen öffnen und auf meinem Kommando werdet ihr vorsichtig durch das Auto hindurch klettern und in eure Klassenzimmer gehen. Ich versichere euch, dass ich den oder die Schüler ausfindig machen werde, die den Schuleingang unter Verwendung meines Wagens ohne mein Einverständnis versperrt haben. Wer war das? Warst du es? Oder du? Oder du? Oder du? Ich beobachte sie, ich beobachte sie alle und ich werde nicht eher ruhen, bis ich den Schuldigen gefunden habe! Meine empfindliche Lederausstattung!